So, hier an den Seiten werden diese Übungsbänder befestigt. Da wird das Klett gelöst und das wird hier einfach durchgeschoben. Hier hat man noch ganz viel Spielraum, wie lang das Band sein soll. Das müssen wir gleich mal ausprobieren, wenn jemand draufsteht. Hier wird es dann einfach dran geklettet und dann kann man hier mit dem Band auch noch Übungen machen, insbesondere zur Stärkung der Armmuskulatur.